Will Jelis Kock, 29, ihm das aufs Brot schmieren? Die Influencerin hatte in der diesjährigen Staffel von Make Love, Fake Love nach der großen Liebe gesucht. Während der Show hatte sie sich jedoch in einem ordentlichen Liebesdreieck befunden, mit dem vergebenen Max Bornmann und Yannick Kont alles. Letztendlich hatte sie sich für Letzteren entschieden und sogar eine Beziehung mit ihm geführt. Diese ging allerdings in die Brüche. Und jetzt schillt Jelis wieder mit Max. Bei Instagram zeigt sich die Beauty jetzt unter anderem mit Max in einem Hotelzimmer. Mit dabei sind allerdings auch Sida Shahin, Temptation Island Hottie Calvin Kleinen, 31, und prominent getrennt Bekanntheit Markus Kock. Gemeinsam besuchten die fünf ein Event. Und auch dort ließ Jelis sich nicht lumpen und zeigte Max erneut in ihrer Story. Will sie hier ihren Ex Yannick provozieren? Offenbar hatte Jelis in der Show Gefühle für Max entwickelt. Während eines QA im Netz ging sie nach der Ausstrahlung näher darauf ein. Ich konnte meine Gefühle nach dem Drehschluss natürlich nicht sofort abstellen. Wenn dem so wäre, dann wären es ja auch keine richtigen Gefühle gewesen, erklärte sie. Ich konnte man an den Spaß machen. Ich wollte das seit Wochen lassen. Die Leute werden mal wieder einmal marriages. Also haben sie jetzt etwas nachvollziehbar. Meine Freundschaft wird aus dem Drehschluss. Wie gesagt.